Wenn ich jetzt in 2020 eine E-Commerce-Company gründen würde, dann würde ich es vielleicht einfach komplett auf Livestreaming aufbauen. Dann bin ich halt irgendwie super klein am Anfang, aber ich kann relativ schnell irgendwie einer der fünf besten Livestreamer in Deutschland werden. Social Media und E-Commerce, gerade in China, ist eigentlich das Gleiche. Bei uns ist ja eher auf der einen Seite Instagram, auf der anderen Seite Amazon. Und das sieht man eben an diesen ganzen KOLs dort, Key Opinion Leader, die einfach wahnsinnig gut darin sind, Sachen abzuverkaufen. Das machen sie unter anderem dann ja auch durch Livestreaming. Und Livestreaming ist ja eine Sache, die gibt es ja eigentlich bei uns so gesehen gar nicht. Also es gibt zwar Facebook Live, aber es benutzt niemand. Aber es erinnert irgendwie so ein bisschen an Teleshopping, so QVC oder Homeshopping. Und in China ist quasi dieser Livestreaming-Host, dieser Gastgeber, eben quasi schon ein richtiger Beruf dort, worauf du trainiert wirst. Also quasi wie so eine Art Moderator. Aber die Besten davon verkaufen halt nicht nur ihre eigenen Produkte, aber die werden halt auch tatsächlich von den Plattformen eingestellt, weil es halt bessere Salespeople sind. Also wenn man sich mal so überlegt, ist ja so ein Produkt zu verkaufen mit einfach einer Produktdetailseite, vier Bildern und irgendwie fünf Bullet Points. Das ist ja nicht so wahnsinnig überzeugend, das Argument, was man jetzt bei Zalando oder bei Amazon sieht. Und wenn da einfach eine sympathische Person ist, die dir das irgendwie über vier Stunden erzählt, dann wirkt es eben einfach besser. Und das ist dann eben einfach Entertainment. Die chinesischen Plattformen Taobao oder Tmall, so das chinesische Amazon oder Ebay, die haben alle quasi Content-Kanäle. Und genauso hat eben jede Social-Media-Plattform eben auch Abverkaufsmöglichkeiten. Und das wäre eben analog, wie wenn jetzt morgen Zalando Live eben an den Start gehen würde, was sie sicherlich auch irgendwann machen werden, wenn sie das in China sehen. Oder wenn eben morgen Instagram jetzt irgendwie auch Shopping-Möglichkeiten anbietet, was sie ja eben auch schon experimentell in den USA machen. Das heißt, Content und Commerce wird das Gleiche. Das heißt, selbst wenn ihr irgendwie sagt, in der Vergangenheit, Mensch, wir haben ja gar nichts direkt abverkauft aus unserem Content heraus, dann kommt es aber einfach immer näher. Das heißt, ihr müsst jetzt halt in der Lage sein, diesen Content, diese Art von Livestream dann eben auch zu bauen. Wenn ich jetzt in 2020 eine E-Commerce-Company gründen würde, dann würde ich es selbstverständlich nicht machen wie ein Zalando, weil es halt viel zu schwierig ist. Ich würde es vielleicht einfach komplett auf Livestreaming aufbauen. Dann bin ich halt irgendwie super klein am Anfang, aber ich kann relativ schnell irgendwie einer der fünf besten Livestreamer in Deutschland werden.